Sie haben mich darauf warten lassen. Wie lange? Ich habe mehrere Wochen noch gewartet, bis die... Ja, gesagt, ich musste hart dafür kämpfen. Zu dem Herzen erkämpfen wir, so kommen sie zu ihrs Familie mit. Und wie es dann auch ist, haben sie mit den sehr mal termen türkischen Süßigkeiten dabei. Früher war das in seinem Bereich. Es ist keine arrangierter Ehe, im Gegenteil. Richthoffs Eltern gedehme sie sehr ab. Bei denen sind seine 27 Jahre zu alt, wenn ihre 21-jährige Tochter erscheint. Sie werden heute nicht anwesend sein. Darüber sind sie umgefahren und gerecht. Da ist auf jeden Fall nicht Ärger gespürt. Bis zum nächsten Mal.